Equistor, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Moin Philipp. Hallo Benjamin. Hast du das eigentlich jetzt die Woche mitbekommen mit dem Beyond Meat COO, also dem Chief Operating Officer? Tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen. Was war da los? Also der Dark Ramsey, der war bei einem Football-Spiel und dann wollte er irgendwie heimfahren und jemand ist wohl gegen sein Auto gekommen. Und dann ist er aus dem Auto ausgestiegen, hat die Windschutzscheibe des anderen Autos zerschlagen, hat dann die Person rausgezogen, verprügelt und in die Nase gebissen. Okay. Und dann hat er irgendwie jetzt eine Klage bekommen wegen Terrorismus und Körperverletzung, wurde bei Beyond Meat auch verständlicherweise direkt gefeuert und ja, das ist die Story. Okay, ich würde mal behaupten, er hat vielleicht gerade ein bisschen Stress gehabt auf der Arbeit. Ja, könnte auf jeden Fall sein, also Beyond Meat ist ja auch 40% unter dem IPO-Preis, also den hat man zwar in der Börse nie gesehen, weil die Aktie ist damals beim IPO direkt 150% und mehr ins Plus, aber ja, also schwierige Zeiten aktuell bei Beyond Meat. Okay, nee, tatsächlich habe ich das nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, ist, dass bei Take-Two GTA 6 geleakt wurde. Irgendwie 90 Videos sind ins Internet gespielt worden von so einem Hacker, der, ja, wo wohl ziemlich viel Content drin war, was im neuen GTA 6 drin sein soll, das jetzt ja erst in ein paar Jahren ja kommt. Und dass der auch versucht hat, direkt Take-Two zu erpressen, habe ich auch gesehen. Hast du das mitbekommen? Ich habe vor allem mir die Videos angesehen, teilweise, und ich muss sagen, also es sieht echt Bombe aus. Es ist ja noch nicht fertig, das, was man gesehen hat. Man hat schon gesehen, dass da noch viele Sachen gemacht werden müssen, aber also erst mal, was ich daran ziemlich geil fand, das war so ein Miami-Mockup, also es sieht dann so aus, als wäre man in Miami und ist halt das Vice City aus GTA Vice City. Und ich fand es richtig gut gemacht, also wirklich, was ich alles gesehen habe und was da auch so für Vermutungen angestellt wurden, was da alles so, alles kommen wird. Wenn es da auf PS5 oder sagen wir mal, vielleicht auf PS6 wird es kommen, dann hole ich mir auch auf jeden Fall die Konsole dafür. Weißt du, wann der Launch geplant ist? Gibt es da schon ein Datum? Also Rockstar hat erst dieses Jahr überhaupt zugegeben, dass sie daran arbeiten, wobei es wahrscheinlich jedem klar war, dass sie daran arbeiten. Und 2025 soll es wohl losgehen. Okay. Ganz schön lang noch bis dahin. Ja, es sind noch ein paar Jahre. Also ich habe die Videos auch gesehen, ich habe ein paar gesehen, es ist ja gar nicht so einfach, da noch an welche dran zu kommen. Ich fand, es war sehr, also da hat man gesehen, es war noch im Entwicklungsstadium, da waren manche Figuren noch so richtig, sahen aus wie so diese Zeichenfiguren, die man sich auf den Tisch stellt und dann so modelliert und dann malt man die ab. Also so richtig ohne viel Grafik. Ich habe auch gelesen, dass die Quellcodes geklaut wurden und dass sogar tatsächlich schon, also von GTA 5 wurde der Quellcode wohl auch geklaut und der wurde scheinbar für fünf Bitcoins verkauft, habe ich gelesen. Das ist gar nicht so teuer. Also 100.000 Dollar oder so. Das ist das erfolgreichste Spiel der Welt und wenn man auch mal so bedenkt, ich glaube, wenn man das sogar gegen Filme und alles mögliche hält, wahrscheinlich das erfolgreichste Medium aller Zeiten bisher oder eines der, also Top 5 wahrscheinlich und dann einfach fünf Bitcoin. Aber ich meine, was, gut, was will man halt mit dem Code großartig machen? Ja, ich glaube, theoretisch kannst du da wahrscheinlich bei GTA Online jetzt irgendwie Schindluder treiben. Ich weiß es nicht genau, ich bin jetzt ja auch nicht der Informatiker, aber ich denke, man hat schon einen Grund, dass das Ding so viel wert ist. Oder ich meine, dass man das überhaupt verkauft kriegt. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass jetzt sich irgendwie die Entwicklung verzögert. Wahrscheinlich müssen die, denken die jetzt, die müssen nochmal ein bisschen was umschreiben, dass nicht alles, was geleakt wurde jetzt, also dass die Story jetzt schon alles geleakt wurde, keine Ahnung. Ja. Habe ich aber auch nicht so ganz verstanden, warum man jetzt das nochmal verzögern muss, weil da was geleakt wurde. Ja, also Rockstar selbst hat gesagt, es wird jetzt keine Verzögerungen geben, aber ja, muss man einfach mal schauen. So, und noch eine richtig witzige Sache, hast du das eigentlich mitbekommen, dass der Goldman Sachs CEO ein relativ erfolgreicher DJ ist? Ja, das wusste ich tatsächlich schon, das wusste ich schon länger. Der legt doch immer hier bei diesem Miami Music Festival auf, wie heißt denn das nochmal? Lola Palosa oder wie das? Äh, nee, Ultra Music Festival oder so Ultra Music heißt es, glaube ich. Ich bin da gar nicht in der Musikrichtung drin, deswegen gehe ich mich da gar nicht aus. Der hat doch einen Spotify-Account. Ja, D-Sol, also D-Sol heißt der, glaube ich. Und das Witzige ist, der ist da ja schon ziemlich into, so, der macht gerne sein DJ-Zeugs. Und jetzt haben sich wohl ein paar Insider bei Goldman Sachs beschwert, weil es auch bei Goldman Sachs aktuell nicht ganz so gut läuft in einigen Bereichen, dass er anscheinend zu viel in seine persönliche Brand investiert und in seinen DJ-Hustle und wahrscheinlich und anscheinend auch so ein bisschen die Goldman Sachs-Ressourcen dafür anzapft. Also zum Beispiel musste der irgendwo mit dem Firmenjet mal hin für Goldman Sachs und dann ist er aber abends dann nochmal als DJ aufgetreten. Oder hat auch teilweise anscheinend Goldman Sachs-Mitarbeiter versucht, so zu rekrutieren für sein DJ-Zeugs? Also ich muss sagen, ich finde das sehr sympathisch. Ich kenne nämlich sonst keinen CEO, der sonst auflegt. Finde ich cool. Bevor wir jetzt zu den richtigen News kommen, eine einzige Sache habe ich auch noch, fand ich auch noch sehr lustig. Die New York Times versucht ja wieder ihre Reporter bzw. ihre Mitarbeiter ins Office zu holen und eigentlich wollten die eine Gehaltserhöhung und weißt du, was sie bekommen haben? Irgendwie eine Brotdose oder sowas. Ja, jeder Mitarbeiter hat eine Lunchbox bekommen. Also ja, eine Brotdose und jetzt bleiben die, soweit ich das verstanden habe, aus Protest noch länger im Homeoffice, weil, naja, ist jetzt nicht unbedingt so das, wahrscheinlich war der Gedanke so, wenn ihr eine Brotdose habt, dann könnt ihr euer Essen mit auf die Arbeit nehmen. Also ist das ja wieder total attraktiv, ins Büro zu kommen. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das reiht sich ein in diese Reihe von Corona und Unternehmen sind für ihre Mitarbeiter dankbar Fails. Also da gab es auch noch ein paar andere Geschichten. Das wird hier aber den Podcast sprengen. Ja, also, lieber Zuhörer, wir haben natürlich noch ein paar andere News-Themen und wie der Podcast heute strukturiert ist. Wir reden einerseits mal über die Zinserhöhung, die diese Woche war, dann ein wenig über den Porsche-IPO, über Unipar, Spotify, Ernst & Young, Hypoport und dann nochmal etwas detaillierter über Dennerhör. News der Woche. Ja, beginnen wir mit den Zinserhöhungen. Letzte Woche hat der Jerome Powell verkündet, dass die Zinsen nochmal erhöht werden um 0,75 Prozentpunkte. Das heißt, der Leitzins in den USA liegt aktuell bei über 3 Prozent, also bei 3 bis 3,25 Prozent, was der höchste Wert seit 2008 ist. Und, ja, war ja eigentlich zu erwarten, also beziehungsweise es war jetzt keine große Überraschung, dass so ein hoher Zinssprung kam. Trotzdem sind die Börsen abgeschmiert. Der S&P ist ja um 3 Prozent runter, der Nasdaq um 4 Prozent und liegt ja gar nicht mal so sehr jetzt daran, dass die Zinserhöhungen kamen, sondern eher das, was der Jerome Powell noch dazu gesagt hat. Genau, also insgesamt soll es wohl so aussehen, dass die Zinsen noch weiter steigen. Das war auch ein wenig klar, aber jetzt so bis Ende 2022 ist so der Durchschnitt der ganzen FED-Mitglieder auf 4,4 Prozent. Bis 2023 soll es sogar auf 4,6 Prozent gehen. Und insgesamt hat man einfach gesagt, man nimmt wenig Rücksicht dann auf die Arbeitslosigkeit oder auf die Wirtschaft und auch andere Zentralbanken auf der Welt haben jetzt so im Gleichklang mit der FED dann signalisiert, dass das wohl so sein soll. Ja, er hat ja wohl diese Worte gesagt, die machen das until the job is done. Also so keine Rücksicht auf Verluste. Die Inflation geht jetzt auf 2 Prozent und wenn es das Letzte ist, was wir tun sozusagen. Genau, ja, bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Hoffentlich wird die Inflation sich den Zinserhöhungen beugen und auf 2 Prozent sinken, damit dann der Job auch schnell dann ist. Ja, also ich würde das auch so kommentieren mit, was muss, das muss. So, ein letztes Mal können wir jetzt noch über den Porsche IPO reden, denn ja, diese Woche geht das Unternehmen an die Börse. Das heißt, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kann man die Aktie noch zeichnen. Letzte Woche hat die Zeichnungsfrist begonnen, die Bücher wurden geöffnet und schon am Montag, als man zeichnen konnte, gab es die Verlautung, die Nachfrage ist hoch. Eine teilnehmende Bank hat gesagt, die Aktie ist schon mehrfach überzeichnet über die ganze Preisspanne hinweg. Man konnte auch schon ein paar Graumarktkurse sehen. Bei Lang und Schwarz beispielsweise war man zwischenzeitlich schon bei 96 Euro, wo man jetzt schon so pre-IPO die Aktie handeln kann. Das ist natürlich ein sehr unzuverlässiger Kurs, total illiquide und ist jetzt auch wirklich nicht, kann man jetzt nicht sagen, nach dem IPO geht es auf 96 Euro oder so. Aber es gibt schon mal so eine Tendenz an. Du hast es ja schon mal bei Auto1 miterlebt, Benjamin, da hast du ja auch Graumarktkurse gesehen und die waren dann ja auch höher als der IPO-Preis. Und am Ende war es dann auch nach dem IPO so, dass die Aktie hochgegangen ist. Ja. Was vielleicht noch spannend ist, die Porsche-Aktie, also die Porsche-Holding-Aktie und auch die VW-Aktie haben auch sozusagen auf diese News in gewisser Weise reagiert. Beide Aktien sind gestiegen. Um 6% ist beispielsweise Porsche am Dienstagmorgen gestiegen und VW auch. Ich glaube, dann haben aber die Anleger gemerkt, warte mal kurz, VW verkauft ja Porsche-Aktien und nur die Porsche-Holding kauft. Deswegen ist die VW-Aktie dann wieder gefallen. Die Porsche ist aber, SE ist aber immer noch auf 6% im Plus. Und ich finde es ganz spannend, weil du ja auch mal gesagt hast, ich glaube, das war bei Lisa im Podcast, dass man mit der Porsche, wenn da eine Wertentwicklung stattfindet, da wahrscheinlich am meisten rausholen kann. Und das hat sich ja jetzt schon so ein bisschen bewahrheitet, wenn man mal diese Verknüpfung zwischen Nachfrage nach dem IPO und der Kurssteigerung da von 6% sieht. Also die machen auf jeden Fall einen sehr guten Deal, weil im Prinzip warten die erstmal ab, bis sie von Volkswagen ihre Dividende bekommen und dann tauschen die Dividende gegen Porsche-Aktien ein. Also die sichern sich so ein bisschen quasi aus den Verkaufserlösen von den Vorzugsaktien, die wir Privatanleger und jetzt auch andere kaufen, tauschen die das so ein bisschen ein, weil sie ja davon was ausgezahlt bekommen und kaufen sich dann davon einfach Porsche-Stamm-Aktien zu einem relativ guten Preis zumindest mal aus heutiger Sicht. Was ich auch ganz interessant finde, ist die Diskussion um den IPO herum, ist gerade so ein bisschen, ist jetzt Porsche eigentlich ein Automobilhersteller oder ist es ein Luxusgüterhersteller? Da sind sich die Leute nicht so einig, die eine sagen, ja Automobilhersteller, die anderen Luxusgüterhersteller. Ich denke, wir haben da ja beide unsere Meinung schon mal zu gesagt. Wir haben ja auch beide die Aktie gezeichnet. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eher ein Luxusgüterhersteller als ein Automobilhersteller. Und dementsprechend kann ich es auch sehr gut nachvollziehen, dass die Aktie jetzt schon im Graumarkt ein bisschen hochgegangen ist. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie es dann sein wird, wenn sie am 29. dann tatsächlich im Handel verfügbar ist. Ja, darauf bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und dann müssen wir mal über Unipa reden, ein weiteres deutsches Unternehmen hier, die ja eigentlich zu Fortum gehören. Das ist ein finnischer Konzern und Unipa betreibt hier Wasser, Gas, Atom- und Kohlekraftwerke, ist auch ein großer Gasimporteur. Und jetzt haben die das Problem, dass die sehr viel Gas eigentlich sich über Gazprom besorgt haben. Und das kommt jetzt alles nicht mehr, weil man merkt ja, Nord Stream 1 ist so teilweise zu. Und das andere Problem ist auch noch, dass viel Geld von Unipa ja im Ausland liegt, also gerade im russischen Ausland. Und daran kommen sie auch nicht mehr. Und jetzt müssen sie eben das Gas vom Markt einfach, vom freien Markt zu Spotpreisen beschaffen. Und das ist sehr teuer geworden. Und deshalb macht Unipa wohl so nach Berechnungen 100 Millionen Euro Verlust am Tag. Das ist ja ein entspannter Verlust, 100 Millionen am Tag. Naja, auf jeden Fall wird das Unternehmen jetzt ja verstaatlich. Das ist ja eigentlich die krasse News. 99 Prozent bekommt jetzt der deutsche Staat. Das funktioniert ja im Prinzip über die Umwandlung von Schulden. Zum großen Teil. Also die kriegen ja eine 8 Milliarden Kapitalerhöhung. Davon sind 300 Millionen eine richtige Kapitalerhöhung und 7,7 Milliarden werden schuldenumgewandelten Anteile. Ah, also so ein bisschen wie das Chapter 11 in den USA, wo man dann aus Gläubigern dann Aktionäre macht. Genau, sie haben auch noch die Kreditlinie ein bisschen erhöht bei der KfW auf 13 Milliarden Euro. Also an sich ist es ja relativ logisch. Unipa ist eigentlich für einen Großteil der Energieversorgung in Deutschland verantwortlich. Und ohne die geht es nicht. Es wäre schon eigentlich fast unverantwortlich, wenn man das Unternehmen jetzt für die Hunde gehen lässt. Weil das würde ja die Preise für die Verbraucher noch stärker in die Höhe treiben. Also ich habe vor allem über eine Sache nachgedacht. Erstmal ist es, würde ich sagen, viel Pech dabei. Es ist vielleicht auch nicht ganz so intelligent gewesen, alles immer aus Russland zu beschaffen. Klar kann man jetzt auch kritisieren und so. Aber an sich ist auch wahrscheinlich einfach viel Pech dabei. Und das Geld, das jetzt praktisch in Unipa fließt oder wenn der Staat dann eben für die Verluste aufkommt, bedeutet das auch grundsätzlich ja eigentlich, dass der Staat im Prinzip die deutschen Gaspreise subventioniert. Und so war meine Überlegung. Also im Endeffekt ist das so eine Art Energiegeld, das aber auf so eine indirekte Weise in den Markt reinfließt. Finde ich auch etwas sinnvoller tatsächlich als 300 Euro Helikoptergeld an jeden auszuschütten. Fortum ist jetzt ja ganz raus. Das heißt, die geben ja auch ihre Anteile ab. Und was ich ganz witzig finde, ist, die Aktie ist um 30 Prozent gestiegen, als das bekannt wurde. Also da haben sich die Aktionäre gefreut, dass da jetzt Lasten rausgenommen werden. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nochmal den Kurs der Unipa-Aktie angeguckt. Das ist ja krank eigentlich, was für ein Lauf dir hingelegt hat. Das hat 90 Prozent gefallen seit Mitte 2021. Das kann einem richtig leid tun, weil der Aktienkurs sah vorher wirklich in Ordnung aus, wie der gelaufen ist, relativ konstant weiter nach oben. Und ja, das war, glaube ich, das hat mich so ein bisschen fast schon an Wirecard erinnert, wie da der Absturz kam. Ja, also ich meine, diese ganzen Konzerne im Versorgerbereich und auch überhaupt im Infrastrukturbereich kalkulieren sehr viel mit stabilen Faktoren. Und ich meine, Unipa konnte ja, oder Unipa hat ja immer damit gerechnet, dass sie eigentlich aus Russland Gas bekommen und das auch Geld bekommen können gleichzeitig. Und das ist ja jetzt nicht mehr in der Form so gegeben. Also das ist schon wirklich sehr unglücklich teilweise. Es ist echt krass. Ich muss aber auch sagen, so gesamtwirtschaftlich finde ich es ganz gut, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie die Gaspreise echt schlagartig ansteigen würden, und das würden sie, wenn Unipa einfach pleite geht, und das bedeutet ja dann, dass er dann nicht mehr diese günstigen Preise, die Unipa mal festgelegt hat, dass die dann im Markt sind, das würde wahrscheinlich sehr viele Haushalte schädigen. Also gerade die Einkommensschwachen, da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre für Deutschland. Ich glaube nicht. Ich habe die Aktie auf jeden Fall nicht gehabt. Du ja auch nicht, ne? Also wir sind da fein raus. Eine weitere Aktie, die ich nicht habe, aber über die wir heute sprechen, Spotify. Spotify geht in den Hörbuchmarkt. Und ich habe eigentlich erst gedacht, wow, das ist schon eine coole Möglichkeit, weil ich nämlich gedacht habe, ich habe nämlich gedacht, dass die das einfach kostenlos zu ihrem normalen Abo dazu geben, diese Hörbücher, dass du praktisch vor so Audible eigentlich einen riesen Wettbewerbsvorteil hast, weil die Leute dann natürlich, wenn sie Spotify nutzen, nicht noch Audible-Hörbücher kaufen. Aber es ist ja auch so ein Pay-Per-Book-Model. Also um das vielleicht mal aufzuklären, Spotify bietet jetzt in den USA 300.000 Hörbücher an, aber nur im US-Markt mit diesem Pay-Per-Book-Model, also eigentlich wie bei Audible, beziehungsweise da ist ja mit so Gutschriften, die man hat, mit so einem Abo, und dann kann man sich nochmal ein paar extra kaufen für mehr Geld, wird sich vom Preis wahrscheinlich nicht viel geben. Worauf Spotify meiner Ansicht nach ja einfach spekuliert ist, die haben ja so schon über 400 Millionen Monthly Active Users und über fast 200 Millionen Subscribers, die zahlen. Und wenn da nun ein Bruchteil von denen anfängt, auch Hörbücher zu kaufen, wird das ja für die schon eigentlich ein Milliardengeschäft werden. Und das hat halt Audible, Audible hat glaube ich gar nicht so viele Nutzer, wie Spotify jetzt schon so hat. Also in den USA ist glaube ich Audible mit so circa 50% Marktanteil vertreten und Amazon, also Amazons Audible, hat auch über 700.000 Hörbücher, also die haben da deutlich mehr so under contract. Ist auf jeden Fall interessant der Vorstoß, vor allem weil Hörbücher so eine Art Wachstumsmarkt sind. Laut Spotify wächst das schon so 20% pro Jahr und deswegen ist das so interessant für die. Die haben auch erst vor kurzem eigentlich ihre Hörbuchsparte übernommen. Also das haben die nicht selbst aufgebaut, sondern die haben das eigentlich aufgekauft. Find a way heißt das. Haben die relativ günstig für nur 120 Millionen aufgekauft und jetzt integriert. Ich muss sagen, ich finde es interessant, weil natürlich mit Hörbüchern kann man dadurch, dass man ja die Hörbücher kaufen muss, kann es sein, dass dann halt wirklich sehr direkt ein Gewinn draus wird. Und Spotify ist halt bisher immer unprofitabel gewesen. Andererseits muss ich sagen, einfach es ist super unattraktiv, wenn man das gewohnt ist, was man eigentlich sonst von Spotify so kennt. Ja, ich finde, es ist jetzt auch nicht so eine coole Ergänzung eigentlich zum bisherigen Angebot. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt bei Spotify die Hörbücher hole, nur weil ich die App schon habe, weil ich habe ja auch die Audible-App. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich glaube tatsächlich, mich würde es eher überzeugen, bei Spotify die zu holen als bei Audible, wenn ich jetzt denselben Preis hätte, weil ich die Audible-App nicht habe. Also bei Audible muss man sich ja aktiv dafür entscheiden, Hörbücher zu hören. Und bei Spotify kann es natürlich sein so, hey, okay, da wird es mir jetzt auch noch angeboten, dann probiere ich das einfach mal aus. Ja, das ist halt so der, ich glaube, der Punkt, worauf die auch einfach spekulieren. Die haben halt ihre Kunden theoretisch schon. Weißt du, wie viele Zahlen der Kunden Audible hat? Nee. Ich glaube, das wird gar nicht öfter veröffentlicht. Ich habe das nämlich nicht gefunden. Nee, ich habe nur irgendwo gesehen, dass sie ungefähr so die Hälfte des amerikanischen Hörbuchmarkts kontrollieren. Ich wusste gar nicht, dass Audible so wenig Marktanteil hat, weil man bekommt eigentlich gar nicht mit, dass es andere Wettbewerber gibt, gefühlt. Ich glaube, in Deutschland kenne ich nur BookBeat zum Beispiel. Und das war es. Also ich wüsste auch in Deutschland zum Beispiel gar nicht, wen ich außer Audible hören könnte. Naja, das Ding ist jetzt ja auch noch gar nicht in Deutschland verfügbar. Finde ich auch ein bisschen komisch eigentlich. Aber es ist ja erst mal mit geringerem Risiko. Amerikanischer Markt ist ja für die wichtiger, als in den Deutschen reinzugehen. Ich denke, es liegt auch so ein bisschen an Find Away. Also das, was wir ja übernommen haben. Wahrscheinlich waren die einfach noch nicht so internationalisiert. Müssen die noch ein paar Hörbücher einlesen lassen auf Deutsch. Ja, also einfach einkaufen quasi oder irgendwie Verträge schließen. Ja, und der Nächste, der einen IPO plant, oder vielleicht, weiß man ja noch gar nicht, ist EY oder ausgeschrieben Ernst & Young. Hast du mitbekommen? A, ja, habe ich mitbekommen von A. Von A. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil sie ja da so im Prinzip First Mover sind, was das angeht. Die anderen der Big Four sind ja alle noch Beratung und Prüfung in einem. Du darfst ja mittlerweile schon gar nicht mehr beraten und prüfen. Zumindest nur in ganz wenigen Fällen. Wegen EU-Regularien darfst du das ja gar nicht mehr zusammen machen. Und für die ist das ja schon jetzt eigentlich, also ich finde es schon interessant, dass die jetzt den ersten Schritt gehen und auch das Geschäft so richtig operativ trennen, weil es für die sagt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, das in einem Unternehmen zu behalten. Die können sich separat sowieso besser entwickeln. Genau, also nochmal hier für den lieben Zuhörer, der vielleicht nicht weiß, was A ist, also E-Y, das ist eine der größten vier Wirtschaftsprüfungen der Welt und gleichzeitig aber auch ein Consulting-Unternehmen, also die so Management beraten, die Steuerrechtsberatung machen, auch so Übernahmeberatungen bei Unternehmen. Und die sind ziemlich groß, 40 Milliarden Umsatz, 312.000 Mitarbeiter, also, ja, und ich denke mal, die sind ziemlich bekannt geworden vor zwei Jahren nochmal, also auch so im allgemeinen Volksmund, dadurch, dass die bei Wirecard ziemlich viel Verhauen haben, weil da waren sie der Wirtschaftsprüfer von Wirecard und haben mehrere Jahre die Bilanzen durchgewunken, obwohl die Bilanzen mehrere Jahre hätten nicht durchgewunken werden dürfen. Dann hat erst KPMG den Fehler entdeckt. Ja, das ist interessant, weil ich habe nämlich von jemandem, der bei PwC Wirtschaftsprüfer ist, gehört, dass zu E-Y irgendwie keiner so richtig mehr gehen will und es wäre ja auch die Möglichkeit, dass die sich jetzt trennen, weil vielleicht die Prüfung gar nicht mehr so gut läuft und die Beratung aber ein sehr gut gelaufenes Geschäft ist, da machen die auch doppelt so viel Umsatz wie bei der Prüfung und dass man da jetzt mit an die Börse geht, um da so ein bisschen Abstand von zu gewinnen. Ja, also der Konzern ist ja aktuell so 40 Prozent oder eher so ein Drittel Prüfung und zwei Drittel Beratung. Der Vorteil von Prüfung ist auf jeden Fall, dass du immer einfach diesen Cashflow hast. Also auch in Krisenzeiten kommt das einfach rein. Das ist natürlich viel interessanter als jetzt Beratung, weil woran würde ich als erstes sparen, wenn ich ein großes Unternehmen bin und irgendwie meine Mitarbeiter entlassen muss und irgendwie sowas wie Inflation habe? Aber ich würde wahrscheinlich einfach sagen, okay, einfach keine Budgets mehr für Berater, weil die sind einfach sauteuer. Oder also auf jeden Fall das aufs Notwendigste runtercutten. Ja, du hast auch angesprochen, Regulierung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Bei EY ist es auch zum Beispiel so, die haben beispielsweise Alphabet, die haben Salesforce oder auch, ich weiß es gar nicht, ich glaube Microsoft oder so als Kunde. Und das bedeutet, die dürfen gleichzeitig nicht bei denen selbst Kunde werden. Also man darf halt nicht bei seinen Kunden Kunde werden. Und das ist ein ganz großes Problem, weil dadurch können die teilweise nicht auf die modernste Technologie zugreifen oder müssen halt immer technologisch, obwohl sie eigentlich für ihre Beratungssachen was Besseres haben wollen, müssen sie dann auf Zweit- oder Drittlösungen zugreifen, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Ja, das Ganze soll jetzt ja bis Anfang nächsten Jahres entschlossen werden. Es gibt ja, also EY ist ja momentan in der Hand von 13.000 Partnern, die da die Anteile besitzen. Und da soll jetzt bis Anfang nächsten Jahres abgestimmt werden, ob das getrennt wird oder nicht. Kann man davon ausgehen, dass es passiert. Und das mit dem Börsengang, der Wind weht einfach daher, dass intern da wohl drüber geredet wird und das wohl auch als favorisierte Möglichkeit gilt, diese Abspaltung zu machen, dass man das an die Börse bringt. Da ist aber noch nichts entschieden. Das wird dann voraussichtlich jetzt, ja, bis Anfang nächsten Jahres irgendwann passieren. Dann werden wir wissen, ob da ein IPO kommt oder nicht. Aber ganz ehrlich, also ich meine, findest du EY so für einen Börsengang interessant? Würdest du jetzt sagen, angenommen die Aktie ist jetzt am Markt, auch fair bewertet und so, würdest du es kaufen? Ich hab mich mit EY als Firma noch nicht so viel auseinandergesetzt. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass sie nicht börsennotiert sind. Ich find grundsätzlich Beratung spannend. Wir haben ja schon mal mit McKinsey geredet, aber ich kann's dir jetzt gar nicht sagen. Ich müsste mir mal das anschauen. Ich hab so im Hinterkopf, dass EY jetzt nicht unbedingt die renommierteste von den Big Four ist. Ich glaub, da ist PwC zum Beispiel eine renommiertere Beratung und Prüfungsunternehmen. Kann ich dir nicht sagen. Hast du da eine Meinung zu? Ja, also ich glaub, also ich persönlich finde den IPO für mich persönlich nicht so interessant. Ich find's gut, dass das Unternehmen ein IPO plant, weil es sollte mehr Beratung an der Börse geben. Es gibt ja zum Beispiel Accenture oder Capgemini, aber es gibt ja eigentlich von den großen, interessanten Playern gibt es eigentlich wenige an der Börse. Roland Berger will jetzt auch zum Beispiel an die Börse, aber es ist eher eine kleine Beratung. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, diese ganzen Big Four gelten eben als, ja, nicht so gute Beratungen eigentlich tatsächlich. Also die sind eher so das, was man fragt, wenn man vielleicht ein bisschen Geld sparen möchte, hab ich öfter mal so vernommen. Also man teilt das auch in so verschiedene Ränge ein und man sagt eigentlich so McKinsey, Bain und BCG sind Tier 1 Consulting und dann kommt halt eine Stufe Tier 2 und dann tatsächlich die dritte Stufe erst, sagt man, holt man sich eigentlich eher sowas wie PwC oder KPMG oder EY als Consulting rein. Und dann muss ich auch noch sagen, EY hat sich einfach nicht rumbekleckert mit der ganzen Wirecard-Geschichte. Also auch wenn das grundsätzlich in dem Audit-Bereich drin ist, also in der Wirtschaftsprüfung, finde ich es trotzdem, ist es nicht so toll, wenn man halt eben diesen Makel an sich hat. Also für mich wäre das einfach ein Risiko, dass da vielleicht irgendwie noch andere Sachen aufkommen oder so. Und so wie ich das auch gehört habe, kann man dieses Wirecard-Risiko nicht umgehen, indem man einfach den Konzern aufspaltet. Naja, ich meine, man würde ja sowieso in die Beratung investieren, nicht in die Prüfung. Das heißt, das Risiko hat man ja sowieso nicht. Ja doch, anscheinend würde wahrscheinlich auch der Beratungsarm oder könnte der Beratungsarm dann tatsächlich auch die Milliardenrisiken, die aus der Fehlprüfung von Wirecard rauskommen, auch tragen. Ah, okay. Also sozusagen so eine Art Diesel-Skandal, der nochmal drüber schwebt. Naja, wobei, vielleicht trennen sie es auch gerade, damit das nicht passiert. Ja, also angeblich ja nicht, aber es laut irgendwie, oder zumindest mal kann man jetzt nicht irgendwie so eine Bad Bank pleite gehen lassen. Also das würde da nicht funktionieren. Was haben wir noch auf dem Zettel, Benjamin? Hypoport oder Hypoport? Genau, die Hypoport. Ja, ich erinnere mich noch an einen Kollegen, der immer Hypoport sagt. Ich würde sagen, aktuell ist das eher so Anti-Hypoport. Also die Hypoport ist ja ein deutscher Softwarekonzern, der Finanzierungssoftware macht. Also sprich, eigentlich das Brot-und-Butter-Geschäft von denen ist, dass die Software entwickeln, die von verschiedenen Finanzvermittlern so verwendet wird. Also viele Unabhängige benutzen das und die ist dann an verschiedene Banken angeschlossen. Also grundsätzlich eigentlich fast jede Bank, seien es auch Sparkassen, Volksbanken und so weiter, die haben dann halt einfach so ihr eigenes, auf die persönlich zugeschnittenes Ding. Aber auch eine ING und weiß ich nicht, die sind alle daran angeschlossen und dein Finanzierungsberater guckt dann über die sogenannte Europace-Plattform einfach, okay, hier kriegst du dann halt irgendwie den besten Kredit bei der Bank zu, ja, wahrscheinlich heute eher so gefühlt 5% oder so. Ja, und die haben eine Bauchlandung hingelegt an der Börse. Die Aktie ist um 40% gefallen, weil sie die Jahresziele ausgesetzt haben. Drittes Quartal liegt jetzt schon unter den Vorjahresergebnissen und wegen steigenden Zinsen, Inflation und Rezessionsängsten gehen sie davon aus, dass der Rest des Jahres noch schlechter laufen wird und da haben sie direkt die ganze Prognose kassiert und Aktie ist um 40% gefallen. Liegt aber auch irgendwie daran, dass jetzt viele Analysten da auf einmal die Kursziele runtersetzen. Ich habe gesehen, einer von 210 auf 70 Euro. Mal kurz runter, so 70% runtergenommen oder so und ja, das hat da für ziemlich viel Druck gesorgt. Aber auch zum Beispiel bei Hypoport habe ich gesehen, die Aktie stand ja mal bei 600 Euro und jetzt steht die einfach bei 90 Euro und das ist jetzt anderthalb Jahre her oder ein Jahr her oder so. Ja, vor allem innerhalb der letzten 52 Wochen hat diese Aktie einfach vom Hoch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 85% verloren. Also das ist einfach krass. Ja, die Sache ist eigentlich, gibt es sogar so zwei kleine Faktoren, die ganz gut sind für die Hypoport, weil also grundsätzlich, was ist gut für die Hypoport, wenn viele Leute Immobilien kaufen, bauen und sonst was wollen und das Angebot an Immobilien ist leicht hochgegangen und die Preise der Immobilien sind leicht runtergegangen und das sind ja eigentlich positive Faktoren. Das sorgt ja dafür, dass mehr Angebot am Markt ist, du hast mehr Auswahl, gleichzeitig Preise gehen runter, was gibt es Besseres? Aber ja, also einfach, wenn die Zinsen natürlich höher gehen, haben sich tatsächlich für viele Leute eher die Finanzierungskosten so in etwa verdoppelt und wenn du dann auch noch Angst hast, dass du zum Beispiel bei einem Neubauprojekt dann plötzlich nachher eine viel höhere Rechnung bekommst, weil irgendwie die Baukosten dann im Endeffekt doch deutlich teurer werden, du vielleicht auch noch Angst hast, dass du vielleicht deinen Job verlierst oder in Kurzarbeit musst und so weiter, das hat alles so für so eine Schockstarre am Markt aus einfach gesorgt und ja, für die Hypoport ist das sehr unschön. Ich muss aber auch sagen, es war irgendwo in meinen Augen schon absehbar, dass man bei den heutigen Konditionen nicht mehr finanzieren möchte, wenn man vor neun Monaten noch was anderes bekommen hat. Vielleicht stecke ich da aber auch einfach besser drin, weil ich habe tatsächlich dieses Jahr meine Wohnung ja noch finanziert bekommen und habe ja 1,05 Prozent Zinsen und wenn ich jetzt an den Markt gucke, dann gehe ich nicht unter 3 Prozent heim. Also das macht schon einfach einen richtig krassen Unterschied aus und das sind nur neun Monate. Ja, also gefühlt konnte ja praktisch vor einem Jahr sich jeder eine Immobilie leisten bei den Zinsen und jetzt ist es halt Geschichte. Ich weiß auch nicht, es wundert mich auch so ein bisschen, dass es dich so kalt erwischt, weil eigentlich war es ja schon mit Inflation und jetzt den Zinshebungen in den letzten Monaten irgendwo absehbar, aber man wartet natürlich eher bis zum letzten Moment, bis man dann sagt, das hier wird nichts mehr mit unseren Prognosen. Ja, ich weiß nicht, ob das so schlau war natürlich. Also grundsätzlich ist das Problem einfach von Hypoport, die sind sehr einseitig auf diesen vor allem für Privatleute Immobilienbereich drauf und die anderen Sachen, die die haben, also auch so, die haben eine Versicherungsplattform, die haben auch irgendwie was für Makler, die haben was für Hausverwaltung, das sind alles ganz kleine Ventures und die sind teilweise auch noch unprofitabel und eigentlich diese Immobilienfinanzierung ist einfach das große Ding von denen und ja, was soll man sagen, das ist einfach nicht gut bei denen, wenn man natürlich von einer Sache abhängig ist und dann diese eine Sache dann nicht mehr funktioniert. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das natürlich so ein bisschen langfristige Chancen eröffnet. Also gerade jetzt ist der Pessimismus da, es ist ein Software-Modell, also Hypoport war einfach auch schon relativ profitabel und es könnte natürlich sein, wenn man jetzt mutig ist, wenn man sagt, okay, es könnte wieder besser werden mit den Zinsen, mit der Inflation, also gerade mit den Zinsen muss es besser werden, dann könnte man da schon irgendwie sagen, okay, ich riskiere es mal, weil natürlich man kriegt die Aktie jetzt zum Sechstel vom Preis, wie vor einem Jahr etwa, wobei da war die Aktie aber auch einfach in einer ganz anderen Welt, also komplett überbewertet in meinen Augen. Du hast aber Hypoport auch nicht, ich habe sie auch nicht, ich habe sie jetzt auch nicht vorzukaufen, muss ich ehrlich gestehen oder denkst du jetzt darüber nach? Nee, also mich hat das echt gar nicht gereizt. Ich fand, ich habe sie mir sehr lange nicht angesehen und da habe ich immer gesehen so, wow, die ist ja richtig krass gelaufen und dann guckst du so blöd und denkst dir so, ah, wäre man auch bei der Story dabei gewesen und was weiß ich was. Ja, und jetzt ist es natürlich so, Gott sei Dank, ich habe es vorausgesehen. Nee, aber es ist einfach ein Risiko gewesen und das Risiko ist eingetreten und ich glaube, das ist nicht so schlimm, dass man halt mal falsch gelegen hat oder so. Man kann halt die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann schon seine Hausaufgaben machen, so, welche Risiken gibt es, habe ich die auf dem Schirm und dann, wenn man sagt, ich investiere wegen eines bestimmten Risikos nicht, weil es halt mir zu groß ist, dann hat man jetzt alles hier richtig gemacht und wenn man investiert hat, gesagt hat, also ich gehe das bewusst ein, dann hat man auch alles richtig gemacht, finde ich. Also, außer, dass halt der Kurs vielleicht gefallen ist, aber das ist halt auch, gehört zum Investieren dazu, dass man manchmal auch falsch liegt. Aktien im Fokus So, damit werden die News abgefrühstückt. Wir kommen zu Aktien im Fokus und zwar, wie letzte Woche auch schon, zu einer, die du im Depot hast, Benjamin, nämlich zu Denneha. Ich habe immer das Gefühl, ich spreche es falsch aus, aber ich denke, es passt schon. Denneha macht die nächste Abspaltung, bringt ein Unternehmen an die Börse beziehungsweise eine Sparte von ihnen. Ist jetzt das dritte Mal, dass sie das machen. Und zwar geht es um die Environmental and Applied Solutions-Sparte, wo so, ja, also Denneha an sich, vielleicht willst du das mal kurz erklären, was das Unternehmen ist als Aktionär. Genau, also Denneha ist so ein Konglomerat, also besteht einfach aus ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Man könnte das auch Holding nennen, aber dafür sind die sehr aktiv dann tatsächlich, wie die die einzelnen Töchterunternehmen formen. Und ich würde sagen, Denneha ist eigentlich ein Gesundheitsunternehmen. Also 50 Prozent der Umsätze werden mit Life Sciences gemacht, also verschiedene Geräte und Verbrauchsgüter für Biopharma und Gentechnik. 35 Prozent mit Diagnostik, also irgendwelche verschiedenen Geräte und Verbrauchsgüter, um Krankheiten zu erkennen. Und dann 15 Prozent mit den Environmental and Applied Solutions. Also das ist so ein Sammelsurium aus verschiedenen Industriebereichen. Da geht es zum Beispiel um Wasserreinigung. Also die haben da, glaube ich, so Geräte, mit denen man UV-mäßig Wasser reinigen kann, Verpackungstechnologie. Die haben da irgendwie so moderne Kamerasysteme und Software, mit denen man zum Beispiel dann Pakete ordentlich etikettiert und sowas in die Richtung. Also ein bisschen gemixt, aber vor allem Gesundheit. Genau. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil ich nämlich gedacht habe, Environmental and Applied Solutions, diese Applied Solutions mit diesen Geräten, um da irgendwie Produkte zu erkennen, es passt ja irgendwie gar nicht so rein. Habe ich auch gedacht, ist so ein bisschen Reste-Rampe, hat so Reste-Rampe-Flair. Ja, sie spalten das jetzt ab, das Unternehmen, beziehungsweise sie machen aus der Sparte ein Unternehmen und spalten es dann ab mit diesen ganzen Subunternehmen drin. Warum machen sie das? Ja, im Prinzip, wenn ich mir das so anschaue, wollen sie wirklich so ein bisschen die Reste-Rampe rausschmeißen, weil das Environmental and Applied Solutions-Segment ist ja das schwächste Segment im Konzern, was sowohl Wachstum als auch Marge angeht. Wenn man sich das mal so anschaut, wie das in den letzten Jahren lief, Umsatzwachstum war in den letzten sechs Jahren irgendwie 26 Prozent von der Sparte. Bei Life Science waren es fast 200 Prozent, was so praktisch die Vorzeigespart ist bei Denaha. Und auch bei der operativen Marge da hat sich nicht so viel getan. Die lag irgendwie bei 24 Prozent. Auch bei Life Science ist die mittlerweile bei 29 und ist halt auch eher gestiegen über die letzten Jahre. Bei diesem EAS, also die Abkürzung für Environmental and Applied Solutions, ist eigentlich stagniert. Da ist überhaupt nichts passiert. Und ja, man kriegt jetzt ja als Aktionär die Aktie ins Depot gebucht. Das ist ja so ein Spin-Off, der steuerfrei ist. Man kriegt einfach die Aktie. Und wahrscheinlich fragen sich jetzt auch so sehr viele, ja, was mache ich jetzt mit der Aktie? Ich habe mal geschaut, die letzten beiden Spin-Offs von Denaha war es, glaube ich, immer sinnvoller. Man hat es verkauft und hat es dann in Denaha investiert, als die Aktie zu halten, weil sowohl Fortif als auch Invista sind absolut nicht gut gelaufen. Ich glaube, Fortif ging sogar noch, aber Invista war, also ich weiß jetzt nicht, ich müsste es mal nachschauen. Also die Aktie von Fortif ist auf Null. Ich habe es geguckt seit dem Börsengang. Es ist hoch und wieder runter. Und der Umsatz ist ja sogar zurückgegangen um 11 Prozent. Fortif hat auch selbst noch mal einen Spin-Off rausgebracht. Also Fortif hat auch irgendwas gehabt, was sie nicht mehr haben wollten. Hat auch noch mal den Dreck rausgeschmissen. Ja, genau. Nee, aber bei Invista ist auch so, die sind ja 2019 an die Börse. Das ist also noch nicht so lange her. Könnte theoretisch also noch besser werden. Da hat man mit der Aktie zwar ein bisschen Rendite gemacht, aber da ist auch der Umsatz zurückgegangen. Gewinn ist aber leicht gestiegen. Aber wenn man es mal mit Denaha vergleicht, die ja wirklich, also allein wenn du dir schon den Kurs anguckst, dann denkst du schon, dieses Unternehmen muss man sich mal genauer ansehen. Das, also ich weiß nicht, deswegen meine Frage jetzt mal so an dich. Bei dir wird das ja der Fall sein. Was machst du mit den Aktien, die du da bekommst? Also ich bin ganz, ganz heftig am Überlegen, was ich machen werde, weil es war, wie du sagst, eigentlich immer schlauer, einfach nur Denaha zu behalten. Was grundsätzlich, sagt man eigentlich, bei Spin-Offs oft nicht der Fall ist. Also oft ist das rausgespinnte Unternehmen, dann irgendwie am Ende des Tages das Unternehmen, das besser performt. Obwohl es meistens, das sind ja oft die unattraktiven Unternehmen, die rausgespinnt werden oder die unattraktiven Sparten. Aber irgendwie an der Börse entwickeln die sich meistens dann doch besser. Zumindest mal, wenn man sich so ein Spin-Off-Index anschaut, gegen den anderen Index der nicht rausgespinnten Sachen. Ich muss persönlich sagen, ja, es catcht mich einfach nicht so. Es ist einfach nicht klar fokussiert. Es ist so ein bisschen Sammelsurium für irgendwie alles. Es ist so ein bisschen Wasser drin. Das finde ich ganz interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Xylem, die sind auch sehr stark in diesem Wasserbereich drin, dass die sich dann einfach das alles aufkaufen von diesem EAS-Unternehmen und dann EAS plötzlich ohne das dann rumläuft. Ich muss sagen einfach so, wenn man sich die Kennzahlen ansieht, dann ist einfach der Gesundheitsbereich auch bei Danaher der interessantere. Und ich glaube, deswegen haben die Aktionäre das auch so gefeiert, dass man noch mehr in diesen Gesundheitsbereich reingeht, den man quasi auch sowieso bei den ganzen Übernahmen und auch überhaupt operativ in den letzten Jahren einfach viel mehr gefördert hat. Also deswegen ist auch das Umsatzwachstum nicht ganz so gut gewesen von dieser einen kleinen Sparte, weil man hat da einfach keine Übernahmen mehr gemacht, wenn man sowieso als Danaher schon intern mit der Sparte abgeschlossen hat. Wobei da jetzt ja auch, so wie ich das gelesen habe, der Fokus liegt auch mit Übernahmen weiterzuwachsen. Von dem, was jetzt so von Danaher veröffentlicht wird, wie das weitergehen soll mit EAS, hört es sich ja eigentlich mal grundsätzlich gar nicht so unattraktiv an. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Bereich pro Jahr wachsen. Die haben da über 50 Prozent Recurring Revenues drin, also praktisch wiederkehrende Umsätze, die sehr stabil sind. Die Marge ist ja auch eigentlich nicht schlecht. Also es könnte schon, ich finde, es hat schon so ein bisschen den Charme und die Attraktivität von so einer Cash-Maschine, die einfach gut funktioniert, weil es Nischenunternehmen sind, weil die Marge in Ordnung ist, weil die Wiederkehrenden Umsätze hoch sind. Also ich finde, es wirkt jetzt eigentlich nicht wie sowas, was man wie eine heiße Kartoffel fallen lassen muss. Nee, das auf keinen Fall. Es ist nur die Frage, gibt es etwas Besseres in dem Konzern? Und ich würde sagen, einfach dieser Gesundheitsbereich, Man sieht, der wurde einfach sehr geliebt, der wurde sehr stark gefördert und ja, vielleicht ist es auch der Name Danerher, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, aber auf jeden Fall, ich fühle mich damit sehr wohl. Die große Stärke ist ja auch von Danerher, dass die quasi an sich ihr ganzes Unternehmen sehr auf wiederkehrenden Umsatz umstrukturiert haben. Also Danerher wird, nachdem dieses EAS raus ist, dann ungefähr 80 Prozent der Umsätze auf einer quasi Abo-Basis haben, weil die Kunden die Verbrauchsgüter immer wieder kaufen. Also das Geschäftsmodell von denen ist dann halt sehr klar darauf fokussiert auf so ein sogenanntes Razer Blade Geschäftsmodell. Man verkauft einmal das Gerät, also das Laborgerät, das Diagnostikgerät und dann, um das sinnvoll zu betreiben, musst du die ganze Zeit bei Danerher, also kannst du auch nur bei Danerher, die Verbrauchsgüter kaufen und die haben dann irrsinnig hohe Margen. Also das ist eigentlich quasi einfach Cash, also man verkauft einfach etwas und bekommt quasi Netto-Reingewinn. Und das ist natürlich sehr attraktiv und da ist dieses EAS so ein bisschen im Weg. Die sind von dem wiederkehrenden Umsatz auch schon sehr gut, das muss man auch sagen. Deshalb haben die sich wahrscheinlich auch so lange bei Danerher drin gehalten, sonst wären die schon viel, viel früher irgendwie unter den Hammer gefallen. Aber ja, ich denke einfach, ich weiß nicht, mit dem Gesundheitsbereich von Danerher, da werde ich sehr warm und ich weiß nicht, ob es dieser EAS-Bereich ist. Aber vielleicht wird der auch so günstig sein, dass es sich dann wieder lohnt. Also, wer weiß. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr spannend, dass Herr Danerher wohl die Sachen, die nicht gut laufen, immer in irgendeine Sparte packt und die dann alle paar Jahre mal raus binnt. Ist vielleicht auch Teil dieses DBS, dieses berühmten Danerher Business System, heißt das, oder? Danerher Business System. Genau. Wofür das Unternehmen ja schon, also wirklich, du gehst auf die Seite, du liest überall DBS, das ist wirklich bei denen die mächtigste Marke im Unternehmen, habe ich das Gefühl. Also das Krasse ist bei dem Danerher Business System, Danerher hat sich ja mittlerweile so positioniert, dass sie sowieso in wachsenden Märkten sind. Also grundsätzlich sagen sie auch jetzt, wenn EAS weg ist, werden sie so sieben bis neun Prozent Umsatzwachstum einfach so erreichen, ohne Übernahmen. und dann sagen sie noch so, sie schaffen es quasi den Gewinn hundert Prozent und mehr in Free Cashflow zu konvertieren, was eigentlich nicht viele Unternehmen schaffen, aber die schaffen es einfach, indem die quasi halt so viele Kapitalfreisetzungen im Unternehmen erzeugen und halt auch mit so wenig Kapital arbeiten müssen, dass sie das dann eben hinbekommen. Und was ich ganz interessant finde, dann auch noch mit Übernahmen, die dazu kommen, wollen sie dann insgesamt so um den Dreh 15 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr schaffen für die Aktionäre und das ist schon sehr beeindruckend und auch gleichzeitig, was das DBS so besonders macht oder was so sehr ausmacht ist, die Verwaltungskosten von den Unternehmen werden immer komplett gecuttet, also man versucht irgendwie an Verwaltung das zu sparen, was nur geht und man haut das ganze Budget, das man hat, in Sales und Marketing und in Forschung und Entwicklung, also man will einfach aggressiv wachsen und halt auch gleichzeitig aber auch die Produkte irgendwie gut halten, dass man immer noch die Kernessenz des Unternehmens einfach gut hält, dass das Unternehmen sich weiterentwickeln kann und alles, was irgendwie unnötig ist, das wird rausgeworfen, also das ist eigentlich die ganze Philosophie hinter dem DBS. Was ich auch sehr attraktiv an dem Unternehmen finde, ist, dass die Investorenpräsentationen richtig schlecht aussehen, wirklich, also die sind, wenn ich mir das mal so angucke und da mit ein bisschen Designauge drauf schaue, ist es wirklich grauenhaft, aber das zeigt mir, dass die eigentlich, der eigentliche Fokus, das eigentliche Geld ins Wachstum fließt, da wo es hingehört. Also das finde ich ist auch wirklich eine sehr interessante Korrelation, die Firmen, die ich immer so ein bisschen am interessantesten finde, also gerade so nischig, da merkt man irgendwie so, dass die einfach nicht von Anlegern entdeckt werden wollen und deswegen machen die auch einfach keine guten Präsentationen, keine schönen Websites, also ich finde, das merkt man auch sehr bei zum Beispiel Roper Technologies, grauenhafte Webseite, natürlich die Tochterunternehmen haben normale Webseiten, die müssen ja irgendwas verkaufen, aber der Mutterkonzern, Katastrophe, ich denke mal bei Constellation Software zum Beispiel, ist es wahrscheinlich sehr ähnlich. Das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, die machen ja noch nicht mal mehr vierteljährliche Earnings Calls, machen die einfach nicht, weil sie es nicht müssen, haben sie auch keine Lust, also sagen zwar, weil sie da einen Wettbewerbsvorteil haben, als wenn sie da erzählen, was sie planen, dann werden ihnen die interessanten Unternehmen, die man kaufen könnte, weggeschnappt. Naja, wann findet es denn jetzt statt? Sorry, was würdest du noch sagen? Also irgendwann 2023 soll das passieren und wichtig ist jetzt für die Anleger, Philipp hat gesagt, das soll alles steuerneutral passieren, wir sind leider Deutsche und die deutschen Finanzämter sind nicht so schlau, das kann halt gut sein, dass man dann so eine EAS-Aktie reingebucht bekommt, die wird dann wahrscheinlich auch einen schöneren Namen bekommen und dann plötzlich kommt dann auf einmal dein Broker und sagt, hey, wir wollen Geld von dir, 25% und noch Soli von dem, was halt die Aktien wert sind. Das ist eine sehr nervige Sache, das ist einfach, weil die das mit den Spinoffs aus den USA oder überhaupt Spinoffs aus dem Ausland nicht geregelt bekommen. Okay, also du hast jetzt gesagt, du weißt es noch nicht, ob du die Aktie verkaufst, habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich werde auf jeden Fall abwarten, bis ich das Spinoff im Depot habe und dann verkaufen, weil ich will Dan or Her einfach nicht hergeben dafür. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, also beziehungsweise ich würde es jetzt nicht so machen, dass ich Dan or Her verkaufe und dann warte ich, bis das Spinoff durch ist und dann kaufe ich sie wieder, weil ich sitze auf einem super dicken Dan or Her Kurs gewinne, keine Lust darauf, sondern ich warte dann einfach, bis das Spinoff im Depot ist und dann verkaufe ich es. Ist zwar ärgerlich, dann muss ich wahrscheinlich Steuern zahlen und dann kaufe ich mir halt einfach davon neue Dan or Her Aktien. Was mich mehr interessieren würde, wir haben ja noch nicht so konkret drüber gesprochen, es gibt ja noch Thermofischer als den großen Wettbewerber und du hast ja mal Thermofischer genauer angesehen. Würdest du jetzt eher Thermofischer bevorzugen oder eher Dan or Her? Das kommt, käme für mich jetzt so ein bisschen auf den Preis an. Weißt du, wie die bewertet sind? Also ich glaube, vom Kursverlauf sind beide immer sehr ähnlich gelaufen, aber tatsächlich ist Dan or Her immer mit so einem Premium, obwohl die ja noch diese Sparte haben, die eigentlich alles ein bisschen runterzieht. Also ich glaube, ich würde den ganz klassischen Weg gehen, ich würde mir einfach beide Aktien kaufen. Ich habe aktuell keine von beiden im Depot, aber ja genau, ich habe auch keine Thermofischer, also von daher bin ich da theoretisch unbiased. ich würde mir aber denke ich beide kaufen, weil ich finde, beide haben ihre Vorzüge. Ich finde, Denner hat halt dieses Denner Business System, wobei man mal sagen muss, ob das jetzt mehr mehr Show ist, als das jetzt deutlich, als sie jetzt deutlich besser Unternehmen implementieren als Thermofischer, weiß ich nicht. Thermofischer hat eine bessere Marge und ich meine auch etwas mehr Wachstum und aber im Grunde finde ich beide Unternehmen super attraktiv und gut, deswegen würde ich mir beide holen. Ja, ich glaube, bei Denner Hörer wird halt auch einfach viel durch die Spin-Offs und so weiter verzerrt und ich glaube, so der Grund Denner Hörer Konzern wäre wahrscheinlich etwas schneller im Wachstum. Ich könnte mir sogar vorstellen, so auf einer Free Cashflow Ebene, dass er sogar die bessere Marge hat, aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen wie Visa, Mastercard, einfach das eine ist das andere im Blau oder so und halt vielleicht eine Nachkommastelle dann mehr Wachstum oder mehr Marge. Ja gut, ich meine, ich muss ja auch sagen, wenn du beide hast, hast du ja auch so ein bisschen dich dahingehend diversifiziert, dass wenn einer vielleicht dann mal über die Jahre hinweg ein bisschen nachlässt, hast du auf der anderen Seite den Gewinner davon. Ja, das stimmt. Damit wären wir schon am Ende angekommen. Möchtest du noch was sagen zu Denner Hörer Aktie? Nee. Na gut, dann würde ich dich bitten, Benjamin, sag doch noch mal gerne dem Hörer, dass das hier keine Anlageberatung ist. Also, wir machen hier keine Anlageberatung, wir teilen hier Ideen, Meinungen, die wir haben, aber wir fordern dich weder zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf. Aktien sind eine sehr gefährliche Sache, merkt ihr das immer, ein Sparbuch ist die definitiv bessere Investition, wenn du keine Risiken verträgst und grundsätzlich natürlich solltest du dir einfach immer dieser Risiken bewusst sein, die es am Aktienmarkt gibt und ja, wir versuchen natürlich immer unser Bestes zu tun, alle Informationen ordentlich und gewissenhaft hier zusammenzutragen, aber uns passieren vielleicht auch mal Fehler, deswegen solltest du definitiv dir auch noch eigene Gedanken machen. So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.equisto.de welche Aktie ihr besser findet, Dennerhaar oder Thermo Fischer oder welche Aktie ihr noch gut findet, die wir uns vielleicht mal hier angucken sollten im Podcast und dann berücksichtigen wir das gerne. Genau und schon mal für die nächste Folge kann ich eine Sache versprechen, ich glaube es ist die nächste Folge, haben wir einen Gast und der Gast, der wird uns etwas erzählen über ein Unternehmen, das glaube ich bei einigen Leuten so im Value-Bereich sehr beliebt ist. Ich würde sagen, es liegt bei fast jedem im Depot, sage ich jetzt einfach mal so, damit jeder nächstes Mal auch einschaltet. Genau, es liegt bei dir definitiv im Depot, es liegt bei jedem im Depot. Genau, also dann, bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, ciao. 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 Vielen Dank.